Aroo liebe Schild, mein Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge On Dawn mit euer Merrick-Viking-Sohn und natürlich mit unserer Valkyria. Ich habe jetzt die Maske abgegeben und jetzt haben sich die zwei Scouts hier, The Bruce und The Billy, die haben sich jetzt hier gerade gemeldet und mit denen werden wir jetzt kurz sprechen. Mal gucken, was sie wollen. Das war's schon. Hallo? Was will denn? Scouts have returned from the patrol. Ja, ich gehe doch mit euch. Billy, was willst du denn? Hängt jetzt die Map hier oder? Warte mal. Jetzt haben wir's. So, wir sollen jetzt eine Gasbrasse kraften. Wir haben alles da, das machen wir. Er hat zusammen mit everyone während seiner Matrollen. So. Dann sind wir mal gespannt. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall das Ding und wir sollen jetzt zum Raid Shaker World sein. Do things really look that bad? There's a hell of a lot of gas. If we have masks. Wir sollen jetzt ins Chemielabor von Exxon. Okay. Ich glaube, die Mission mit den Raven müssen noch warten. Das ist eine längere Mission. Finde ich aber gut. Mission machen ist sehr geil. Ich weiß. Komm, pass auf. Wir machen das später. Ich kann das jetzt nicht. Äh, ich equip. Backpack. Setz mal bitte das Ding auf. Setz mal bitte das Ding. Hey, wo ist denn die Gasmaske hin? Habe ich die jetzt auch? Ich habe die auch, oder? Vicky? Hast du die auch? Ja, ne? Okay, wir haben sie. Oh, jetzt hier. Das ist ja Wahnsinn. Das Schöne ist halt. Ich kann es wieder solo machen. Das finde ich super. Okay, es geht halt immer noch um die Clowns. Die haben sich das hier ausgesucht. Weil es halt schlecht einzunehmen ist. Aber wir sind ja nicht wir. Oder wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht wir wären, ne? Okay, das sieht aber gut aus. Es ist machbar. Es ist halt extrem verseucht hier, ne? Okay, wir müssen ein bisschen auf die Munition achten. Ich schieße jetzt auch mit Absicht nicht mit dem Scope. Was willst denn du? Ich muss da hin, okay. Ich räume hier komplett auf. Guck dir das an, du. Wir müssen erst mal in den Zug hier gucken. Ah, guck mal, hier geht's weiter. Hier, wir haben die erste Versorgungskiste. Bleib ruhig jetzt. Was ist hier? Achso, das soll ich verteidigen. Boah, kommt hier den Dinger an hier. Wir haben die anderen Brenner erst mal. Der war wichtig jetzt, extrem. Okay, das sind jetzt ein paar mehr. Okay, ich hab jetzt nur das Gefühl, dass ich jetzt mal langsam... Nee, komm, das ist immerhin. Alles gut. Okay, ich muss aber kurz mal Munition nachholen. Alles klar, die erste Horde ist down. Sehr wichtig. Granaten sind wieder am Start. Was war? Da ist noch mal ein Fuß. So, die haben wir auch down. Können wir hier drüber klettern? Nein, können wir nicht. Aber es ist nicht schlimm. So, wir müssen da rein. Alter. So, nächstes Supply ist da. Sehr, sehr cool. Take it. Hast du gut gemacht. Geht zum nächsten. Ich überlege gerade, ob wir mal auf den Bogen ausweichen sollten. So ab und zu mal, dass wir ein bisschen Munition sparen. Das sollten wir vielleicht mal tun. Wir haben doch Pfeile da. Oh, die machen kaum Damage. Ich würde sagen, den machen wir noch weg hier. Und dann verwerfen wir den Plan mit den Bogen, aber mal wieder ganz schnell. Wir haben hier noch eine Ripple. Lass uns die mal ruhig nehmen. Rating war gut. Rating ist immer gut. Okay, wir haben eine neue Waffe. Mal gucken, was die können Damage machen. Ja, kaum Damage. Das ist die schlechtere Waffe, die wir haben. Ah, das war ungünstig. Das wollte ich so nicht. Aber ich muss ja, oder? Komm ich da drüber? Ich bin kaputt anscheinend. Oh, guck mal, hier sind sie alle. Alle verletzt. Das ist natürlich kacke. Ah, da kommt jetzt 100% noch was. Die haben sich aber auf jeden Fall erstmal in Sicherheit gebracht. Wo war ich? Weiß nicht. Das sieht nicht gut aus. Nichts und fertig sind die Jungs. Da ist er. Aber zu was von. So, wo war ich ihn? Jetzt musst du Gas geben. Es geht um alle in ihr Leben hier. Oder auch nicht. Hä? Wo sind die Zombies hin? Kommen die jetzt gleich erst, oder was? Okay, es geht los. Jetzt haben wir uns natürlich ein richtiges Ei gelegt hier. Weil wir haben jetzt hier das Fass. Aber. Wir müssen gucken, dass wir durchkommen. Oh wow. Ungünstig. Der war wirklich kett. Leute, ihr müsstet jetzt mal kommen, weil, äh. Sonst schwierig. Boah, wow. Ich hab gechanged. Das sollen die letzten sein, glaub ich, oder? Oh, wir haben auch richtig defizit grad. Noch leben wir. Boah, wenn der getroffen hätte, wären wir, glaub ich, tot gewesen. Ei, 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 hast du gut gemacht, Valky. Jetzt kommen sie, wo alles vorbei ist. Die Säcke, ey. Boah. Wir haben's geschafft, ey. Hey, mega gut. Mega, mega gut. Jetzt können wir uns vielleicht doch nochmal um das Haus kümmern. Ja, guck mal. Wir müssen da uns kurz kümmern, ey. Wenn die Mission jetzt durch ist, ähm, soll man hin? Dann müssen wir uns kurz, dann müssen wir das Haus kurz mal ein bisschen auf Vordermann bringen, glaub ich. Dass wir da jetzt mal gucken, wie das weitergeht. So, Mahlzeit, Cain. Wir sind halt auch kurz vorm Ende, ne? Cain, I saw some really strange creatures at the chemical factory. It's as if the zombies have evolved. Ja. Und da sagt sie selber, dass wir, äh, richtig starke, komische Zombies gefunden haben. Okay, so mit Henry. Also wir müssen das jetzt noch durchziehen, aber ich denke mal, das war jetzt auch das Längste. Da ist er, Harry. Grüß dich, Harry. Must be you. Get in. The road to the lost city isn't safe, but I know a better route. Okay. Was soll man? Einsteigen, oder was? Yo! Wir kommen hier gar nicht, äh, zum Durchschnaufen, oder? Okay, der Alarm nervt jetzt gerade extrem. Ich weiß, ich muss mich darum kümmern, aber lasst mich das kurz zu. Gut, jetzt heilen wir uns erst mal kurz, ja? Wenn das genehm ist. So, können wir kurz was essen? Weil das hilft uns nämlich auch so ein bisschen mal auf die Sprünge wieder. so, und dann noch einmal heilen und sind wir eigentlich, glaube ich, erst mal wieder da, wo wir hinwollen. Ja, sehr gut. Alles im grünen Bereich. So, Harry, was geht denn? Danke. Go to Sunset Bay Crossing. Your Kontakt is prepared designated communication devices. After that, you'll only be communicating with your contact, not with us. If our signals intercept, this is with... Ach, du Scheiße. Clowns. Ey, Freunde. Oh, Jungs, so lange sie da stehen bleiben, tut mir das jetzt gar nicht mal so weh. Ich weiß, dass ich der böse Mann bin. Was hast du jetzt geschlagen? Ich schmeiß da nur eine Bombe am Ende. Schau dir das an, dir. in die Säcke, ey. Alter, der mit Farbgebung war geil, oder? Das Regenbogen hier. Krusty, der Clown, ist auch tot. Ich würde es halt richtig cool finden, wenn die so ein bisschen Loot schmeißen würden. Wie sieht es aus? 360, müsste man mit klarkommen. Wenn ich natürlich mit dem Scope zielen würde, ne, würde ich definitiv mehr erfolgreicher sein. Aber ich glaube, bis jetzt läuft es gut. Bis jetzt läuft es gut. Hier ist irgendwo ja irgendwo noch einer gewesen. Wir testen mal. Ja, merkst du es? Wenn ich mit dem Scope, habe ich halt weniger Möglichkeiten, aber ich bin viel länger. Oder ich brauche viel länger, um zu schießen oder zu laufen. Und wenn dann nicht einer von links oder rechts angreift, ist es immer sehr schwierig, da wieder rauszukommen aus der Situation. Aber bisher läuft es. Da ist auch noch ein Clown. Den würde ich gerne auch wegmachen. Da ist keiner. Da ist der Nächste. Okay, wir müssen jetzt hier rein. Hier ist gerade irgendwie keiner. Das ist auch ein bisschen sehr merkwürdig. Hier ist das Signalfeuer. Oder was auch immer das sein soll. Ja, ja. Ich denke mal, das soll das darstellen. Hier ist gerade niemand. Das ist sehr merkwürdig. Da kommt einer. You have been spotted. Ja, ja. Ganz kurz aber nur. So, gib mir das mal. So, Signalfeuer ist da. Der ist down. Nachladen. Jetzt brauchen wir das nächste Signalfeuer. Jetzt gucken wir mal kurz, dass hier keiner guckt. Alles cool. Okay. Hier ist gerade niemand, den ich sehe. Haben wir den nächsten. So, dann brauchen wir den letzten. Und ich denke mal, jetzt kriegt man gleich nochmal ein bisschen Action hier. Ich könnte jetzt auch so machen, aber ich könnte den Überraschungsmoment schon geil haben. Nö, hier ist gar nichts. Da haben wir den letzten, glaube ich. Oh, scheiße. Okay, das sind einige. Wir machen erst mal den weg. Alter, der ist hier so ein großer. Ja, ja, ist klar. Ja, aber den krieg mal weg. Das passt. Vorsicht, der Zimmer. Der war gut. Vicky, sehr gut. Wie gut ist das? So, jetzt sind wir in der Hauptbasis der Clowns. Ich glaube, jetzt wird's knackig. Jetzt müssen wir halt uns wirklich konzentrieren und gucken, dass wir hier klarkommen. Jetzt will ich mal kurz gucken, was das hier unten für Zeichen sind. Die nerven mich nämlich gerade. Ich confirm das jetzt clear all. Okay. Let's go. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier klarkommen. Okay. Das Hauptquartier der Clowns, jetzt sind wir da. Boah, hat das geil gemacht. Hi, Dr. Morgan. Lieber Kontaktperson, halt mal die Klappe, bitte. Okay, Dr. Morgan ist clear. Jetzt müssen wir zum Wade. Bis jetzt ist irgendwie keiner hier, oder? Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier passiert gleich irgendwas. Ich glaube, wenn wir so ein Pfeil aufgemacht haben oder befreit haben, ist ein Wade hier drin? Jetzt kommt er. Alter Schwede. Genau. Äh. Valky? Valky? Bleib immer dahinter. Wird der uns nähen, ne? Wir haben den. Hier liegt noch einer. Ne. Oh, wir haben den. Wir können nicht die Bombe entschärfen lassen. Okay, wir müssen die Bombe entschärfen. Oh, ich bin erschrocken. Okay, wir müssen es verlassen. Wir sind durch. Äh, wohin? Okay, jetzt knallt's hier um uns rum, oder was? Das ist mit den anderen? Die sind weg jetzt, oder was? Okay, wir sollen zum Bike. Oh, hier brennt alles. Oh, ja. Fühlig. Sehr schön. Neues Bike. Gib ihm. Hallo? Biky? Okay, wir müssen es erst reparieren. Das Golden Wing. Alter, ihr wart gerade eben noch nicht hier. Wir sind hier noch nicht durch, ne? Oh, wow. Warte mal. Ey, ich muss mich kurz heilen. Darf ich kurz mich heilen? Das wäre nett, wenn ihr mal kurz Zeit habt. Okay, nachladen, Püppi. Hier, oh, jetzt! Was? Chaos ist die only true order. And you, you're the real mad man. Wo kam er denn her jetzt gerade? Okay, das Motorrad war kaputt. Wir sollen so fliegen. Wir haben es geschafft, oder? Sind wir durch? Was war? Boah, hast du mich erschrocken. Wer ist er denn? Wo sind wir jetzt raus? Oh, die Clowns haben eine Macke, ne? Sei euch ganz ehrlich. Wir haben es geschafft. Ja, wir müssen uns nur um die Base kümmern. Ich würde sagen, das machen wir morgen. Hier ist Mr. Tang. Mr. Tang, wie geht's? Hallo. Danke, dass du mich schützen kannst. Was? Ich habe nicht Zeit, mich zu erinnern. Dankeschön. Dankeschön. Was war? Ich will die Maske jetzt nicht aufsetzen. Warum soll ich das tun? Das mit der Rolle wurde jetzt mal ein bisschen... Wäre jetzt geiler gewesen, wenn ich damals irgendwas erreicht hätte. Aber nö. Wir haben ein Ersteigment. Das claimen wir auf jeden Fall. Und wir haben beim Raven... Da müssen wir halt rein. Die Stronghold-Channels müssen wir eigentlich auch noch machen. Da müssen wir jetzt auch rein demnächst. Watch the Scavener Settlement. Wir sind hier noch nicht durch, aber... Ist hier Untergrund, oder was? Wie gut ist das gemacht hier? Okay, das ist eine andere Shelter. Ist mir ein bisschen zu dumm gehalten, aber hey. Oha, guck mal. Die armen Kitties, hey. Okay, wir sollen auf jeden Fall kurz hier runter. Scavenger, grüß dich. Du möchtest ein bisschen Essen haben? Na klar. Halt an. Ah, bustet. Okay. Wie geht es, ich zeige dir eine neue Skill. Okay. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, ja, Pendelweg. Also so ein, dass wir halt, äh, uns hier gut fühlen und draußen sind und hast du nicht gesehen? Also dass wir auch draußen zetteln können. So eine Art Shelter für draußen. Also so ein, so ein Penner. Wie soll ich das denn sagen? Keine Ahnung. Ohne electronsen, äh, zelt oder was auch immer. Wer haben wir hier? Ich hab' ich gar nicht diese Hinderung. Die einäugig Ratte. Peter, die einäugig Ratte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt sollen wir mit Peter sprechen. Oh, die Sache... Alles klar, ich erinnere dich. Sag Tang, ich zeige dir. Der Clowns erlebt. War auch eine geile Mission ey. So. Ab nach Loft City. Und ich denke morgen können wir dann anfangen und können unsere Baseball ein Stückchen erweitern. Ein bisschen Basebuilding würde ich gerne betreiben, um mich einfach mal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das wäre mir schon ganz cool. Ansonsten können wir gerne weiter erst mal ein bisschen Mission machen. Aber ich... Ah, das muss hier weg. So, Back to the Light. Road Sign. Unlocked. Gibt man halt auch noch schnell hier. Du kannst halt extrem Zeit hier in dem Game verbringen, ja. Das ist halt auch so richtig gut. So, jetzt nochmal Cain reporten. Das heißt, wir fahren jetzt zu Cain. In Raven Shelter. Und sind dann eigentlich... Hier durch. Und wie gesagt, morgen geht es... Egal was passiert, morgen geht es an Spacebuilding. Und dann machen wir in der nächsten Folge, nach der morgenden Folge, also übernächste Folge... Machen wir dann... Das Ding hier. Das muss weg. Das ist echt so. Das kann ich nicht... Das kann ich nicht jemand... Das kann ich nicht immer sehen, weißt du. Chinchilla. Stichst du weg. Mahlzeit. Was denn? Sehr gut. Die Operation war ein Erfolg. Also die Operation war erfolgreich. Alle, äh... Ja... Gefangenen sind unbeschadet im Shelter angekommen. Okay, wir sollen kurz zu Roman nochmal. Okay, mal gucken, was Roman noch will. Das machen wir jetzt noch. Ich will dann auf jeden Fall nach Hause mit euch. Wir werden von morgen gleich zu Hause beginnen. Roman, wie geht es dir, mein Großer? Ja. Hey Roman. How are you feeling? Still gotta do a few more checkups. But I'm all good. Sehr gut. Kane told me everything. Can't thank you enough. If you didn't put yourself on the line to rescue us... Well... Alles gut. I'm off to the western now post. But around us some old buddies of mine. See if I get a transport fleet together. So you might... I got something for you. Hope you like it. Oh, was gibt's denn? Wir kriegen hier ein Geschenk. Oh, guck mal ein Geschenk von Roman. Schön verpackt ist es. Cool. Amocrate. 1000. Silver. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall Benzin bekommen. Und jetzt? Talk to Kane. Jetzt wollen wir zu Kane zurück. Das gibt's doch gar nicht. Das ist die Hauptmission. Pass mal auf. Wir machen jetzt hier einen Cut. Wir fahren jetzt erstmal zurück. Wir können ja dann immer noch mit Kane sprechen. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal zu unserem Noah-Park. Und dann werden wir morgen erstmal gucken, dass wir so ein bisschen an unserem Base-Building arbeiten. Weil das müssen wir in Vordermann bringen jetzt. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, da würde ich sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Ne? Und wir sehen uns morgen. War geil. Die Clowns sind Geschichte. Und so muss es sein. Tschüss. Pers.